Ja, 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 die Arme. So, haude, ich darf nicht hier, du. Haudi, haude. Und landen denn unsere Mates? Hoffentlich nicht bei Blau, oder? Nee, achso. Na geil, da wieder die Einzigen. Na gut. Das hat er davon. Das hat er davon. Rot? Ja, ich bin die Gile, wir sind markiert. Ich glaube, wir sind die Einzigen hier unten. Na, das... Ja, das kann nicht wirklich sein. Tja. Tja, was soll man da sagen noch? Wenn uns das vielleicht in Lautort wahrscheinlich wollen. Ja. Hättet er auch haben können. Ach ja. Ach, der Auftrag. Kann er hier den Auftrag direkt aufnehmen. Voll geil. Ach, guck mal, jetzt brauchst du auch nicht mehr hier landen, ey. Ja, mein Freund, bla, also, ja. Was ist los? Kaum. Kein Geld, ist klar. Aber wir haben genug, ne? Robert, Geld? Ja. Sniper geworden. Ach, ich hab doch richtig gehört. Okay. Sehe sie nicht mal, ey. So, was nehmen wir denn jetzt? Was nehmen wir denn da? Jetzt mal die Grau mit, weil ich jetzt hier als einzusammeln kann. Boah, Leute. Was ist denn los? Ganz wilde Stiere. Oh, toll. Wo bist du eigentlich? Warum ist denn unser Heli weg? Ach, die sind direkt da wieder hingepusht mit dem Heli. Ach, Leute, ey. Ach so. Oh, ey. Gott, warum? Wie alt sind die denn? Zwölf oder so wahrscheinlich, ey. Ja, na, wacht mal. Schön. Heli ist jetzt auch weg. Ja, steht da. Noch lebt da. Wollte halt schon zur nächsten Zone. Du musst ihn auch mal verstehen, Robert. Der ist schon wieder beim grünen Haus gelandet, ne? Was ist denn, wollte ich das lebensmüde? Ja. Oben Baustelle. Ein paar Shield-Hits, aber der ist so weit weg. Den krieg ich nicht. Wir sind hier sowieso wieder am Arsch. Wir müssen hier irgendwie wegkommen, ey. Also eine Zone schocken wir es ja noch, aber dann... Es sind noch 25 übrig. Passt da draußen gut auf. Einfach hier lang. Irgendwie halt hoch da zu dem Vogel. Ich würde aber lieber hinten hochgehen. Diese Treppe, ich weiß nicht, die ist mir immer nicht heuer da. Ich denke genauso über diesen Weg hier. Er ist halt scheiße. Er wird von unten nach oben sein. Er macht alle kaputt. Jetzt geht es jetzt mal gerade zu Green. Ja. Das macht ja nämlich mal nicht mehr alle kaputt. Jetzt wollen wir hier mal entspannt hoch. Jetzt kommt ihr alle von oben. Ich muss so einfach hier. So, die sind gar nicht mehr hier. Ne, Greenhouse. Na gut, wer hat ihn jetzt... Wer hat ihn gehabt da jetzt? Da oben landet einer. Aber der geht weg. Ich muss mir hier auch unbedingt die Kabel da drin machen. Na, mach mal. Ich sehe hier halt nichts. Ich weiß nicht, wo die sind. Oh, ich bin jetzt mit mir ein bisschen so rum. Wir können nochmal Loadout holen. Wegen Geist, klasse. Oder rennt einer. K.O. Okay, den haben wir. Was ist denn hier? Da ist irgendwie draufgehangen. Hier unten ist der draufgehangen. Was macht er denn da immer, ey? Ja, wollen wir nochmal Loadout holen, wenn der Tim wieder zurückkommt? Lodi? Ja. Oder Baustelle. Ja. Shield Break. Scheiße, ich gehe eine Sekunde länger. Er ist runtergesprungen. Vielleicht Richtung Zelte jetzt. Könnte sein. Na, da würde schon eben eine Zelte drunter sein. Denke ich auch mal. Na, du kannst mir ja mal dein Geld geben. Ich würde es mal riskieren, das Loadout zu holen. Warte mal ein bisschen, kannst du noch hier behalten? Ohne mit der Windplätze zu zucken. Ne, halt. So. Er ist gestorben. Wo ist er denn? Da oben. Oh Gott, ey. Ja. Ja, das ist so, wie du willst, also. Kommt wieder. Oben bei der Leiter hinwerfen. Bessert fällt mir jetzt irgendwie nicht ein. Geist, Geist. Da muss ich ja die FFA jetzt mitnehmen als Geist. Okay, ich riskier's mal. Okay. Oh Gott, jetzt finde ich mal hier. Ja, hatte ich auch Probleme. Zum Glück wieder hier gefunden. So, die wollen nur... Okay, die haben sich auch hier loht. Doch, naja, die machen ja ein Gedenkner. Gut, okay. Klasse. Sehr geil. Scheiße. Geila kommt her. Aber da müssen wir irgendwie... hier vorne lang vielleicht. Oder von hinten über die Headquarters. Aber Nova Factory ist eher draufgegangen. Schwierig. Vielleicht lieber an der Wand da ran pirschen. Hier bei Orange, wo ich markiert habe. Wir haben auch einen kürzeren Weg in die Zone. Das ist ja eigentlich nicht weit. Dann müssen wir vielleicht nur die Zelt im Blick haben. Ja, genau. Wir sind schon mal runtergegangen. Da ist einer. Ach, ne. Hinter dem Jügel. Okay. Na, hier reicht's ja erstmal sogar. Da oben ist einer drin. In diesem... Am Fenster war gerade einer. Wenn ihr raushalten, der Zone seid für Weg durch... Oh, ich wurde weggesnaped. Scheiße. Oh, Gott. Er hat mich noch raffisch. Krass. Wo ist er? Sehe ich nicht. Frank. Hast du den noch gesehen? Der ist irgendwo auf dem Jügel. Aber wo genau kann ich die eigentliche Sache nicht sagen. Ah. Okay. Versuchen wir jetzt einfach nur mal beim... bei mir eine Leiche zu flammen. Hm. Tim ist direkt wieder... mittendrin gelandet. 11 Schaden habe ich. Geil. Cool. Man kann es nur machen, was du willst. Dann läuft es halt einfach nicht. Was ist mit ihm los? Durch die Tür oder was? Ich rücke vor. Wo ist denn der? Auf dem Leuchtturm drauf? Ne, auf dem Leuchtturm ist der nicht. Okay. Achtung. Hast du noch eine Platte? Ja. Kann. Hier liegen auch noch... Hier ist noch eine Platte. Danke. Ja, genau. Kannst du ja mal herkommen, dann gebe ich dir noch eine. Hier liegt auch noch eine bei mir. Ah, ja. Hier liegen auch noch ganz viele. Achso, okay. Dann reicht das ja. Aber die konnten jetzt ganz entspannt... Da hinrennen. Ich rücke vor. Ich gehe jetzt auch schon mal los. Ich versuche jetzt hier einfach reinzurennen. Oh, hinter uns. Hinter uns kommen Leute. Geht sie? Ja. Ja, na klar. Also... Ich lieg doch hier drin. Ja. Danke. Also hinter uns von den Zelten kam einer. Das war ganz komisch gewesen. Oh, hinter uns kommt er gleich. Ich war nur um. Ja, da breite sich. Schnell die neue Sicherheitszone. Letzter Chance, Soldat. Du oder sie. Ich bin hier unter der Schutz. Ja, mir. über uns er hustet schon ich belebe ihn mal wieder hier ja jetzt sauber sauer richtig geil der wollte sich von hinten ran pürschen die sauer schön hast du jetzt noch ein kill gehabt am ende wenigstens ja geht doch noch mal von der 11 auf 367 schnell erhöht sehr gut genau zum richtigen zeitpunkt er hatte zwar bei 27 und 28 sieg heute naja und dann machen wir noch 30 voll heute trotzdem die haben auch ja keine geduld die gehen gleich in die nächste runde scheiße ja schnell raus aus der runde schnell die nächste runde spielen über 4000 punkte bei